Hallo zusammen, hier ist Philipp von BasicTutorials.de und ihr hört mich gerade über das neue Wireless Gaming Headset Corsair HS55 Wireless Core. Mit dem neuen Modell erweitert der Hersteller seine Headset-Reihe, die ja in den vergangenen Monaten um das HS65 und HS55 ausgebaut wurde. Beide Headsets bieten einen Surround-Klang, sind allerdings nur kabelgebunden nutzbar. Hier kommt das neue HS55 Wireless Core ins Spiel, das, wie der Name ja bereits vermuten lässt, sich kabellos nutzen lässt. Anschluss findet das Gerät dabei wahlweise im 2,4 GHz Funkmodus, wofür sich der entsprechende Receiver bereits im Lieferumfang befindet, oder aber via Bluetooth, wo eine Kommunikation mit Smartphones, Tablets und anderen Geräten problemlos möglich ist. Außerdem ist das Headset für die Nutzung auf PlayStation 4 und PlayStation 5 Konsolen ausgelegt. Mal abgesehen vom fehlenden virtuellen Surround-Sound müssen klanglich keinerlei Abstriche in Kauf genommen werden. Hier kommen nämlich dieselben 50 mm großen Treiber zum Einsatz, die auch in den vergangenen Headsets des Herstellers Verwendung fanden. Besonders angetan waren wir von der hochwertigen Verarbeitung und dem schicken Design des Gaming-Headsets. Auch die Akkulaufzeit mit rund 24 Stunden kann sich mehr als nur sehen lassen, zumal der Ladevorgang mit rund einer Stunde von 0 auf 100% sehr schnell vonstatten geht. Feintuning der Akustik mithilfe der IQ-Software von Corsair ist hingegen leider nicht möglich. Dafür gibt es insgesamt vier Equalizer-Presets, die durch ein Drücken des Lautstärkerrades am Headset eingestellt werden können. Wie man hier schon hören kann, liegt auch die Mikrofonqualität auf einem guten Niveau, reicht allerdings nicht ganz an die Qualität der kabelgebundenen Geschwistermodelle heran. Das ist natürlich einerseits dem Wireless-Standard geschuldet, liegt aber auch daran, dass die maximale Lautstärke aufgrund des relativ starren Mikrofonarms relativ niedrig ausfällt. Trotzdem hat uns die Mikrofonqualität durchaus gut gefallen, vor allen Dingen gemessen am relativ niedrigen Preis. Wenn ihr mehr über das Corsair HS55 Wireless Gaming Headset erfahren wollt, dann lest euch doch einfach unseren Testbericht auf basic-tutorials.de durch, den wir natürlich auch noch einmal in der Videobeschreibung verlinkt haben.